Guten Morgen! Was ist denn dein scheiß Problem? Warum hörst du das hier denn einfach so? Gude! Gude! Was ist das bitte aus? Das nervt! Ist das wirklich so, ist das? Ja wirklich! Und so eine scheiß will auch keiner in Töne! Gude! Gude! Halt! Alter, mach dir das gute Scheiße aus! Ahhhh! Joschi! Laufen wir denn hin? Echt denn? Scheiße, ich auch nicht! Ich muss mal sagen, ganz großstreck aus! Streck aus! Musst du den Händen da oben mal freien! Bisschen Sirus lang geht! Entschuldigung! Da sind Kühe! Look at that! Musik Was sagen Sie zu dir? Sie! Was? Schöne Aussicht! Ja, mega! Huuuuhh! Die Walle wird auf die Straße gekackt! Wieder heim! Es ist ein Tire, wie damals! Vietnams ne uns ändert wir und wir sind! Ich bin ganz allein! Das ist ein schöner Waschbär! Uli! Das ist kein Bergabenteuer, Mann! Hast du die Geld mit? Ja! Wie finden Sie hier die Aussicht? Ja, ja! Schön! Ja! Kann man ganzen Leute beobachten! Ja! Das ist Meloni! Das war einfach mit der Strecke zentral! Ich war auch schon wieder da! Julian! Na! Gott! Warst du schon mal hier? Wie ist das denn? Ja! Warum war ich schon mal hier? Wieso warst du das denn? Ja! Halt auf! Mann! Uli! Bitte! Kannst du uns sagen, wo wir gerade sind? Ja! Halt auf! Halt auf! Wenn du ja nicht wie der Berg hast, weiß ich gar nicht! Aber das ist der Ifen. Und das ist der Witterstein. Das ist der kleine Witterstein da. Und da hinten raus, so ist es... Deutschland. Von hinten... Uli! Bitte! Wollen wir bitte, dann kommen wir jetzt. Gebt euch das mal. Das ist das Geilste. Wie finden Sie die Aussicht? Hammermäßig. Uli! 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 Ich höre auf. Du brauchst nichts raten. Hier kannst du nur was erreichen. Wie fanden Sie die heutige Wanderung? Ich warte ziemlich gut. Uli! Gab es Höhen und Tiefen? Uli! Außer wo ich meinen Fuß... Wo ich mir am Fuß wehgetan habe. Aber sonst aß. Oh. Uli! 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 Wie tust du? Uli! Unten! Wo geht's denn hin? Hallo? Gude. Ich weiß nicht, wo wir hinfahren. Ja! So, feuern werden... genau. Südtirol. Südtirol? Südtirol. ok, haben die Reifen? Nee. Fahrradreifen... Fahrradreifen! Fahrradreifen! Nur Fahrradreifen. Und weiß chiar. Wie wär des noch mit Banan... all irgendwie die중- und das ist das, was ihr jetzt seht, ein Bachmann-Kennz. Heißt Bildschirme, komplette Funkversorgung, was in Florian auch hängt. Und das Auto ist eigentlich im Endeffekt kein Kommando-Funkfahrzeug mehr, sondern eine Florian-Station. Also, es ist alles was für's, also, schon die Strecke. Das riechst aus dem Hüter. Boah. Das ist jetzt... Aussteiger. Aussteiger. Oh, da steht die Strecke. Am Anfang der Markeihe Die zwei Reisen nicht getroffen Meine Kameraspiele ist immer neben meinem Land Aber guck mal, als Kameraschut Ah, ah! Ah! Lars! Servus! Oh nu, die hässliche Fresse! Das kann mich wirklich schön ärgern! Wow! Wow! Die bestellt bestimmt bei Böckerkrieg online! Noch ein Stück! Noch ein Stück! Der fährt der Kader! Reinhard hat der 40 Jahre lang alles gemacht! Abgesucht! Ich, aber das willst du dir selbst nicht antun! Gude! Ja!